Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 23. April 22.19, genau 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 602 und ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Credit Suisse, Faltenlos, 30 Jahre, Windows 7, Videostreit und Sharp Faltet. Ich beginne mit der Credit Suisse. Das ist nämlich die erste Bank in der Schweiz aus dem Twint-Konsortium, die dem Apple-Samsung-Google-Bezahldienst-Alternativen-Möglichkeiten schwach wird und fällt. Es ist nämlich soweit, per Ende des Monats wird die Bank Apple Pay sowie auch Samsung Pay unterstützen. Google Pay ist in Gesprächen und soll auch noch dieses Jahr folgen. Das freut nicht nur mich, sondern sicherlich auch ganz viele Leute hier in der Schweiz. Die Credit Suisse hat nämlich erkannt, dass das Kundenbedürfnis dennoch wirklich da ist und man eben auch neben dem eigenen Twint alternative Lösungen anbieten muss, die auch weltweit funktionieren. Das ist ja ein Ding, was eben bei Twint nicht ganz so funktioniert, wie man es so gerne hätte. Ich beginne oder gehe gleich weiter mit einer Meldung, die man fast erwartet hätte nach den Meldungen in den letzten Tagen und jetzt trotzdem rausgekommen ist. Der weltweite Verkaufsstart des Samsung Galaxy Fold, dem faltbaren Smartphone aus dem Hause Samsung, wird sich auf unbestimmte Zeit verschieben. Der Grund liegt anscheinend darin, dass eben doch das eine oder andere Problemchen aufgetreten ist und somit das Ganze nochmals getestet wird, bis man es dann auf die Leute loslässt. Kostet es doch 1920 Schweizer Währungseinheiten und endlich viele Euros oder Dollars, wie auch immer, in welcher Währung man bezahlen möchte. Ja, die ganze Branche ist unter Druck, seitdem das Royole sein Faltbares vorgestellt hat und somit den grossen Playern das erste vorneweg genommen hat. Hat auch Xiaomi seines für unter 1000 Dollar gezeigt und will es in diesem Jahr noch auf den Markt bringen und es tut sich einiges und eben die grossen, wie auch die kleinen, sind unter Druck. Einer, der sich wieder mal nicht drucken lässt, ist wie so oft Apple. Mal schauen, ob wir dieses Jahr sowas sehen werden von Apple. Ich bezweifle es. Ich denke, das wird dann ein bisschen, oder dann kommen, wenn das Ganze ein bisschen ausgereifter ist. Im Jahre 1989 war es soweit. Da kam heraus eine kleine, wenn nicht ganz grosse Revolution, das Spielen, was man früher von den Spielhallen kannte und dann überging in die Konsole oder teuren Rechner, besser gesagt, damals noch und dann mit der ersten Konsole gestartet hat, ging zum Personal Gaming über. Der Nintendo Game Boy kam auf den Markt und hat, wie gesagt, das Ganze revolutioniert. Der Game Boy wurde gestern 30 Jahre alt. Ei, 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 sind wir nicht alle ein bisschen alt? Ja gut, die Jüngeren unserer Hörer werden ihn wahrscheinlich nicht mal gross kennen. Oder nur aus Erzählungen. Wahrscheinlich. Windows 7, das Support-Ende, wird eingeblendet. Ja, dass das Ende von Windows 7 sehr nah ist, das wissen jetzt hoffentlich auch die letzten unserer Hörer, wer es immer noch nicht mitbekommen hat und nutzt, dem wird das unten rechts, oben links, nee, unten rechts eingeblendet und man wird darauf aufmerksam gemacht, dass eben kein Support mehr für das Betriebssystem übrig ist. Man sollte schleunigst auf Windows 10 updaten, kann ich auch empfehlen, weil es funktioniert einfach, läuft rund und tut, zumindest in den meisten Fällen. Ja, der Videostreit. Bei Google und Amazon, da gibt es immer wieder mal Knirsch und Knarrsch. Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, war die grosse oder die längste Zeit, wo man sich hin und her gedruckt hat. Nun ist es endlich soweit, denn Amazon Fire TV oder Google Scrum Stick, alles Mögliche soll sich wieder liebhaben und gegenseitig auch die Möglichkeit bieten, es zu verkaufen, sowie die Dienste des jeweiligen anderen zu unterstützen. Doch, es soll noch nicht sofort kommen, das Ganze wird noch ein bisschen dauern. Wir dürfen gespannt sein, wenn es das nächste Mal mit einem, wie soll ich sagen, Krach zu Ende geht oder wieder mal einen Schritt weiter geht in die Richtung. Ich hoffe es nicht, aber ja, leider ist es so. Ich habe begonnen mit was zum Falten. Nicht ganz, das zweite Thema heute war das Samsung Galaxy Fold. Und das letzte Thema ist auch wieder was zum Falten. Sharp hat seine Version eines faltbaren Smartphones gezeigt. Und das finde ich jetzt interessant. Da wird nämlich nicht aus einem Monitor 2 gemacht, quasi aus einem Smartphone und Tablet oder aus einem Mini-Tablet, sondern da wird einfach das normale und zwar eher grössere Smartphone halbiert und somit kompakter gemacht. Kompakt in Anführungszeichen, in der Höhe und Breite logischerweise, aber natürlich nicht in der Dicke. Ein interessanter Ansatz, vor allem wenn man sieht, wie das Display sich nach innen durchbiegt, wenn es zugeklappt wird, so dass es keinen Zwischenraum und Ähnliches gibt. Sehr, sehr spannend. Und ich bin da mal gespannt, wenn es dann sowas auch in Realität geben soll. Und würde mich wundern, würdet ihr sowas bevorzugen oder hättet ihr lieber nach dem Aufklappen einen doppelt so grossen Screen? Oder möchtet ihr lieber das Display zuklappen? Das erinnert mich fast irgendwie an die, ach, was waren das damals? Als Motorola-Club-Handys? So in die Richtung geht das irgendwie. Aber spannend, wie immer. Na dann, das waren es die Neuigkeiten. Der Achim und ich hoffen, in den nächsten Wochen wieder ein bisschen fitter zu sein. Mein Rainer war ja wie der Achim letzte Woche ziemlich flach, deshalb gab es nur wenige Folgen, respektive, glaube ich, zwei waren es an der Zahl. Das soll sich diese und die nächsten Woche, holz anfassen, wieder ändern. In diesem Sinne, euch einen schönen Start in die neue und verkürzte Woche. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.